Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Lukas, 24 Jahre alt und studiere Elektrotechnik in einer Stadt im Süden Deutschlands. Und diesen YouTube-Kanal will ich gerne nutzen, um gewisse Gedankengänge von mir, was mich so bewegt und worüber ich Lust habe zu reden, was aber auch schon mal länger dauern kann, zu veröffentlichen. Und die Videos werden mal relativ unterschiedlich sein vom Thema. Und ich werde jetzt diese Gedankengänge nicht besonders stark vorbereiten. Und das heißt, es wird also relativ unstrukturiert sein. Genau, ich nutze es einfach als Plattform, um einfach mal was zu sagen, was ich mir bisher so schon in meinem Kopf so zurechtgelegt habe, weil ich so über verschiedene Sachen, Themen, Konflikte und Probleme denke. Und ich möchte damit einfach so ein bisschen, gerade in diesen Themen, gesellschaftliche Diskussionen anstoßen zum Mitdenken und Nachdenken anregen. Soweit so gut. Bis zum nächsten Mal.